Sie sind hier, 28. Dezember 2018, 21 Uhr 2, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Serdar Assis von Galatasaray, 2018 in der Champions League gegen Schalke Urheberrecht, Getty Image, Serdar Assis von Galatasaray Istanbul, kann sich offenbar einen neuen Verein suchen. Grund für einen Malediven-Urlaub schwänzte er ein Ligaspiel. Serdar Assis hat sich offenbar mit seinem Klub Galatasaray Istanbul überworfen und kann sich laut übereinstimmenden türkischen Medienberichten über den Jahreswechsel einen neuen Verein suchen. Kurios ist der Grund für das Zerwürfnis, der Abwehrspieler hatte sich am 23. Dezember vor dem 4-2-Sieg von Galatasaray im Ligaspiel gegen Sivaspor wegen Magenproblemen krank gemeldet, was jedoch offenbar alles nur vorgetäuscht war. Denn seine Frau postete kurz darauf ein herrliches Urlaubsfoto, auf dem der Innenverteidiger auf den Malediven am Meer zu sehen ist. Der türkische Klub reagierte umgehend und will, als es der im Sommer 2016 von Liga-Konkurrent Bursa Sport zu Galatasaray wechselte, den Berichten zufolge im Winter loswerden. Sport 1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Live-Streams, Live-Sticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr